Ja? Ja, ich krieg die Links. Aber deine Packung, genau deine Packung weg. Ja, ich kriege sie. Ey, ich kriege sie auch. Ich hab vielleicht einen Finanzflag mit einer Bar, ein Gruber-Soldat mit einer Bar. Nice. Wo ist da? Die Beschützung sagt Bescheid, ja? Was ist? Ja, da hat er den Punk kaputt gemacht. Artie, so das einzige, womit sie wieder Filz kriegen wie, äh, as usual halt. Oh, diese Flugzeuge. Ja, Gott. Artie, der hat sogar noch eine Artie nachgebaut, ne? Also, ne? Tschüss. Saku würde da nicht mehr lange durchhalten. Sieht aus Saku? Muss ich gar nicht so sein. So. Sieht aus Saku? Es ist nix. Spannende Jungen. Ich habe ein bisschen in die Sache, bei der ersten Mal Tackler durch die Ahnung, Sieht aus Saku? Du hast vor freuen, wenn du Arminum etwas zum Kunden alles zum Guten. Sieht aus Saku? Sieht aus Saku? Ticke aus Saku? Sieht aus Saku? 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 8. 8. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 3. Ich hab gleich ein Ding mit einer Bar, ein Obersoldat mit einer Bar. Ich hab da die Pack kaputtgemacht und das Einzige, womit sie wieder Kills kriegen, wie es, äh, as usual halt. Oh, diese Flugzeuge. Ja, Gott. Der hat sogar noch ne Arti nachgebaut, ne? Also ne stationäre. Saku wird da nicht mehr lange durchhalten können. Interessiert das Saku eigentlich gar nicht so sehr. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.